Wie meinst du das, mitten in der Nacht? antwortet Patsch. Hier am Nordpol ist es im Winter die ganze Zeit dunkel. Da geht die Sonne monatelang gar nicht mehr auf. Wir Dinosaurier müssen dann auch ohne Sonnenlicht klarkommen. Deshalb habe ich auch so große Augen, erklärt Patsch. Ach so, das wusste ich nicht, gibst du zu. Und dann habt ihr die ganze Zeit nur den Mond, der euch Licht spendet? fragst du neugierig. Nicht nur den Mond, lächelt Patsch. Schau mal nach oben. Du traust deinen Augen nicht. Wie die schimmernde Oberfläche einer Seifenblase leuchtet ein buntes Licht am Himmel. Das Polarlicht. In blau-grünen und manchmal fast gelben langen Bändern zieht es am Himmel seine Bahnen. Und zusammen mit dem Mond sieht es beim Blick vom Hügel nun gar nicht mehr so dunkel aus. Der Schneesturm hat sich beruhigt und die Luft ist sehr klar. Du kannst kilometerweit ins Tal hinunterblicken. Erkennst du etwas, was dir bekannt vorkommt, Patsch? Fragst du den kleinen Dinosaurier. Leider nein, sagt dieser und wird wieder ganz traurig. Nicht weinen, Patsch. Ich habe eine Idee. Wir müssen noch höher hinauf. Noch höher? Du meinst auf einem Baum? fragt Patsch ungläubig. Ich kann aber doch nicht klettern. Aber ich? antwortest du selbstbewusst. Warte hier unten. Ich schaue mich mal um. An den kahlen Ästen des mächtigen Baumes hinauf zu klettern, ist ganz einfach. Sie wachsen dicht beieinander, sodass du nur zugreifen und dich hinaufziehen musst. plausiblealiere, was da ist einfach so soient注意st. Aber sie verbaut. Vielen Dank.